Und er machte sich auf und kam von dort in das Gebiet von Judäa und jenseits des Jordans. Und abermals lief das Volk in Scharen bei ihm zusammen, und wie es seine Gewohnheit war, lehrte er sie abermals. Und Pharisäer traten zu ihm und fragten ihn, ob ein Mann sich scheiden dürfe von seiner Frau. Und sie versuchten ihn damit. Er antwortete aber und sprach zu ihnen, Was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus aber sprach zu ihnen, Um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben. Aber von Beginn der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und daheim fragten ihn abermals seine Jünger danach. Und er sprach zu ihnen, Wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Und wenn sich eine Frau scheidet von ihrem Mann und heiratet einen anderen, bricht sie ihre Ehe. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Und als er sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn, Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm, Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Du sollst niemanden berauben. Ehre, Vater und Mutter. Er aber sprach zu ihm, Meister, das hab ich alles gehalten, von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Er aber wurde unmutig über das Wort, Und ging traurig davon. Denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern, Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen, Liebe Kinder, wie schwer ist's, ins Reich Gottes zu kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, Als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander, Wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach, Bei den Menschen ist's unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Da fing Petrus an und sagte zu ihm, Siehe, wir haben alles verlassen und sind ihr nachgefolgt. Jesus sprach, Wahrlich, ich sage euch, Es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen und um das Evangeliumswillen, der nicht hundertfach empfange. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgungen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Viele aber werden die Letzten sein, die die Ersten sind. Und die Ersten sein, die die Letzten sind. Sie waren aber auf dem Wege hinauf nach Jerusalem, und Jesus ging ihnen voran. Und sie entsetzten sich. Die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Und er nahm abermals die Zwölf zu sich und fing an ihnen zu sagen, was ihm widerfahren werde. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und der Menschensohn wird überantwortet werden den hohen Priestern und Schriftgelehrten. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden überantworten. Die werden ihn verspotten und anspeien und geißeln und töten. Und nach drei Tagen wird er auferstehen. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeos, und sprachen, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen, Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm, Jesus aber sprach zu ihnen, Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm, Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen, Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Und sie kamen nach Jericho. Und als er aus Jericho wegging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimaeus, der Sohn des Timeus. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er solle stillschweigen. Er aber schrie noch viel mehr. Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach, ruf den her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabbuni, dass ich sehend werde. Jesus aber sprach zu ihm, Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege.